Es flüstert von allen Kontinenten. Mobilenmachung gegen die Sowjetunion! Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Arbeiterhorch, sie ziehen ins Feld und schreien für Nation und Rasse. Das ist der Krieg der Herrscher der Welt gegen die Arbeiterklasse. Denn der Angriff gegen die Sowjetunion ist der Stoß ins Herz der Revolution. Und der Krieg, der jetzt durch die Länder geht, ist der Krieg gegen dich, Froles! Arbeiterhorch, sie ziehen die Gewehr, sie ziehen die Gewehr, sie ziehen die Gewehr, sie ziehen die Maschinen, sie ziehen die Maschinen, für die Leute, sie ziehen die Maschinen, sie ziehen die Maschinen, sie ziehen die Maschinen, Lass uns verlobten, vor allem Jahren, die Zeit auf die Lande, kann man nicht mehr die nicht mehr die. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017